Junge, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier am Start. Wir sind heute in Badwurst unterwegs und ihr wisst ja wie das ganze funktioniert, wir machen heute eine ganz chillige Badwurst-Runde mal so zur Abwechslung, ich muss mal gucken wie ich dieses Video hier so ein bisschen bearbeiten werde bzw schneiden werde, weil es sollt ja alle zwei Tage Elix und Advance kommen, deswegen muss ich mal gucken wie ich das reinbringe, vielleicht als Zwischenvideo, als Spezialvideo mal so zwischendurch, ja und Melvin ist heute auch wieder mit dabei, guten Morgen, ich finde es war nicht witzig, auf jeden Fall hier Fahrspridchen, Fahrspridchen, Fahrspridchen habe ich mich auch schon mal ein bisschen mit eingeordnet, aber bin ich jetzt noch nicht so gut, deswegen, ich übe da noch lieber ein bisschen, ich gehe jetzt mal kurz nach Hause und hole mir noch ein bisschen, ein bisschen Zeug, ja und so läuft das hier, also das ist halt einfach ein bisschen Badwurst, eine kleine natürliche Runde mal, vielleicht auch zweimal sehen, wie wir das Ganze machen, so, ähm, brrrr, ich bin genau davor verreckt, muss auch noch ein bisschen üben, warte ich hier, ich gebe die Rüstung Elven, also das, was ich mir halt der Doppel gekauft habe, gerade ich, aus Zufall, ähm, da, ich bin mir nichts, okay, ja ist ja egal, so jetzt los, komm, los, okay, go, 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 wow, die Ängste sind schon in der Mitte, der Knight Lee hat geschrieben, nehm, der kann alle Bauarten, also, hallo, hey, warum denkst du so, du Rund, so, Junge, der hat alle Bauarten, ja und das heißt nicht, dass er gut in PvP ist, wow, der hat mich gekillt, der kommt jetzt zu uns und sie hat er Hacker wetten, kann alter Hacker atmen, wow, was hat der für ein Knockback Stick, Alter, man, den besten, bam, bam, so, Junge, der hat Kiel, der Tür war doch so locker so Hacks, ich konnte dir nicht berühmt, ja, der hat Hacks, der hat sich wieder hoch teleportiert, alles klar, alles klar, das ist wie immer, immer wenn wir irgendwas aufnehmen, ist hier so ein Hacker, ja, er ist ja, keine Ahnung, das ist einfach gelb, ja, Knight Lee, warte, wow, bleib beim Bett, den, der, der stimmt, eine, die einen Spitzhockey mit, ach so, du hast den gekillt? Segen ist gestorben bei Bettler die Sache ist gestorben zu den Reporten Delta, ja das ist ein Test-Zupporter der ist cool, die haben mit denen früher Battle-Mode gespielt das ist ganz alter ja man spielt nämlich in vielen Moderatoren immer irgendein Shit oder so und jetzt wird er gebannt Junge, der hat sich wieder oh Flyhead ich könnte alle Bauarten, das ist auch gut Schleimhäck naja, sondern nur für 14 Tage aber immerhin was Stange geschrieben Alter, Junge, ich bin so dumm, da ging sie runter ich hab grad nicht gesehen, ich dachte, der hat den Weg fertig gebaut er hat nämlich auch noch gerade mit Bad Wars gespielt oder nie was aus ach so Phas-Bild, also da hab ich so Phas-Bildchen geübt und leider, sag mal, was mach ich hier eigentlich? aber da hat halt auch einer so äh, Gefahrsbridged also mit Hacks Hä, ich finde diesen Eingang nicht, Junge, wie behindert bin ich ähm und da wurde halt auch einer vor unseren Augen gebannt also ich bin jetzt so weit rumgejumpt ach, ich kack's hast du Essen, Melvin? ja kannst du mal bitte was geben, weil ja ich hab zwölf Gold ja, hast noch ein bisschen mehr so, ich geh mal zu Team bunt Team Rot, als ob das schon ausgelöscht wurde oh, Junge, wie viel Eisen komm mal Team Rot nee, 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 geh mal zum Bett geh zum Bett soll ich dir, ich hol mir erst mal ein Eisenschwert, oder? oder soll ich dir im Bogen nicht holen? nee, ich hab schon das beste Eisenschwert, ein besteres, du als ob du ein Eisenschwert hast ja, hab ich hier gerade eben geholt ein Mensch, zu dir einfach mal schleichen es geht um ich tue jetzt mal irgendein Team killen oh, nee, okay, schon gut ich mach erstmal die Zombies tue mal auf jeden Fall oh sieh mir blau nee, ne das ist ja als ob dieses Bett noch hätten da hätte ich jetzt einfach ein kostenloses Bett bekommen wow, ist mir gar nicht aufgefallen jetzt ist doch ein kostenloses Bett äh, es legt gerade, oder? nö, wenn man nicht oh, jetzt jetzt legt sich nicht mehr wow, oh, jetzt legt sich nicht mehr oh, schon zu Hause hier, ich winke so kürzlich ist das Geld, da zieht es nicht mehr drin, sonst bin ich ja wieder gebannt ja, bei Melvin wurde einfach mal so, äh, gebannt, ja weil Melvin sich hochgebackt, also, äh, äh, Melvin hatte sich äh, also, nicht auszusehen, sondern es sah so aus, als ob das sich gepackt hat deswegen wurde der für drei Tage gebannt und das hat natürlich mehr, wenn ich gefallen, deswegen hat er ein Forum geschrieben ne, nicht geschrieben, bin ich in TS gegangen achso, ich genieh in TS TS ist nicht meins was soll ich mir, guck mal, da drüben ist einer der, der hat auch Hacks der Typ hier hinten, der hat auch Hacks jünger, warum haben wir so viele Hacks, da war ich jetzt... oh, Juna, wie TSF ich hab'n, wie hieß der und Flash Report O-U-U-T Hack wow, damit er und er gewonnen heißt der Autor, der erst sich gesehen hat ja, aber Jungen, wir müssen das jetzt Ope Weiß und sonst, ich will nicht jetzt kommen, Report aus dem ZDF und hier, der hat ja, der fehlt, der braucht, der Werfmann, nicht damit um nicht was ist wirklich so ein Messer und er hat nicht mehr sein eisen können was ist für ein Hund er hat auch Kill Aura m no not back da schießen trotzdem die Nähe ja man sehen kann und schon Gold bekommen heißt Dings sind Dings drinnen Geisterjäger 7x aber ich immer auf den Schießen so dass man sehen kann dass der no not back hat der hat jetzt irgendwas umgestellt locker locker hat der irgendwas umgestellt weil der war gerade off beziehungsweise nicht da ja ist so easy ja der Kill Aura der Kill Aura ja 100% Kill Aura alles klar ist der tot? also warte der hat einfach junge 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 der Ansar ist auch da oh cool der ist ein richtig großer ähm Moderator äh ja Moderator alles klar ja auf jeden Fall das war's heute wir haben zwar nicht so viel gemacht deswegen aber deswegen haben wir auf jeden Fall einen richtig coolen Titel Leute das war's mit dieser Folge lasst auf jeden Fall ein Like da unten ein Abo wenn euch das ganze gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder hau da rein und bis zur nächsten Folge Video eine Abo An Vielen Dank.